Klicken Sie auf die Schaltfläche Plus-Panel, die sich am linken Rand befindet. Ihr Browserfenster wird nun von einem Fenster überblendet. In diesem Fenster können Sie zwischen Corpora, Wörterbüchern und Statistiken wählen. Wenn Sie zum Beispiel auf Korpus hinzufügen klicken, dann erhalten Sie eine Liste der verfügbaren Corpora. Fahren Sie nun mit der Maus über eines der angezeigten Corpora. Es erscheint rechts davon ein Fenster mit weiteren Informationen zu diesem Korpus. Wenn Sie Ihre Wahl mit einem Klick auf die linke Maustaste bestätigen, erscheint in Ihrem Browserfenster ein neues Panel. Die Informationen beziehen sich auf Ihre aktuelle Suchanfrage. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie weitere Ressourcen auswählen und in Ihre DWDS-Website einbetten.